Nicht gleich auf den Kopf, das verwirrt das Opfer, dann kann man nicht den nächsten... Siehst du? Du hast mich gesucht, hier bin ich. Ich wollte sehen, wie du reagierst. Enttäuscht hast du nicht. Du hast fünf Menschen sterben lassen. Und dann lässt du zu, dass Dent sagt, er wär du. Sogar für mich ist das echt heftig. Wo ist Dent? Diese Mafia-Trottel wollen dich totziehen, damit alles wieder wie früher ist. Doch ich kenne die Wahrheit. Es gibt kein Zurück mehr. Du hast alles verändert. Für immer. Warum willst du mich umbringen? Ich will dich doch nicht umbringen! Was soll ich denn ohne dich tun? Wieder Mafia-Dealer beklauen? Nein, 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 du machst mich erst vollkommen... Du bist Müll, du tötest für Geld. Rede nicht so wie dies, so bist du nicht! Auch wenn du's gerne wärst. Für die bist du nur ein Freak. Wie ich. Im Moment brauchen sie dich. Aber wenn nicht, verstoßen sie dich wieder. Wie einen Aussätzigen. Weißt du, ihre Moral, ihr Kodex, ist ein schlechter Witz. Verworfen bei den ersten Anzeichen von Ärger. Sie sind nur so gut wie die Welt, ihnen erlaubt zu sein. Ist doch so. Es kommt hart auf hart. Diese... Diese zivilisierten Menschen... fressen sich gegenseitig. Weißt du, ich bin kein Monster. Nur der Zeit voraus. Wo ist denn? Du hast so viele Regeln. Und denkst, sie retten dich? Wer hat's unter Kontrolle? Ich hab meine Regel. Oh, und diese Regel musst du brechen, um die Wahrheit zu erfahren. Und die wäre? Am erträglichsten lebt es sich ohne Regeln auf dieser Welt. Und heute wirst du sie brechen, deine einzige Regel. Ich zieh's in Erwägung. Du hast nicht mehr viel Zeit. Du musst bei ein kleines Spielchen mitspielen, wenn du einen von ihnen retten willst. Einen? Weißt du... Einen Moment dachte ich wirklich, du wärst ent. So wie du hier hinterher gesprungen bist. Wie du dich gehen lässt. Weiß Havi von dir und seinem kleinen Spatz. Los! Wo sind sie? Beim Töten geht's um Entscheidungen. Wo sind sie? Für das eine Leben oder das andere. Für deine kleinen Freundin Stolz am Wald. Oder seine liebliche Braut. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020